Hallo, hier mal ein kurzes Lebenszeichen von mir. Meine kleine Tochter ist, wie ich schon geschrieben habe, etwas zu früh zur Welt gekommen. Und deswegen hat der Daniel jetzt momentan keine Zeit für großartige YouTube-Videos. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Päuschen. Verbringe gerne Zeit, mit Bäuchlein zu kraulen, Windeln zu wechseln und so weiter. Und ansonsten, euch wünsche ich eine gute Zeit, auch ohne mich. Denkt ihr bei uns? Es gibt die wichtigereste im Leben als YouTube. Also, bis bald, euer Daniel. Fahrt vorsichtig. Ciao.